Wir haben also nun unsere automatischen Seitenzahlen eingefügt. Doch was ist, wenn ich für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel für die ersten Seiten bis zum Inhaltsverzeichnis, römische Zahlen benutzen möchte als fortlaufende Zahl und danach arabische Zahlen? Auch das funktioniert. Hierzu müssen wir mit den sogenannten Abschnittswechseln arbeiten. Das heißt, wir müssen Word vorgeben, für welche Abschnitte sollen römische Zahlen verwendet werden und für welche Abschnitte arabische Zahlen. Bevor wir dazu kommen, solltest du spätestens hier die sogenannten Absatzmarken aktivieren. Die Absatzmarken findest du im Bereich Start, Absatz und hier dieses umgedrehte P. Das sind die sogenannten Absatzmarken. Wenn du diese aktivierst, siehst du das, was in Word sonst im Verborgenen stattfindet, zum Beispiel Leerzeichen oder hier oben der sogenannte Seitenumbruch. Deaktivieren wir die Absatzmarken, können wir ihn nicht sehen. Das ist aber wichtig, deswegen würde ich grundsätzlich immer empfehlen, mit Absatzmarken hier zu arbeiten, denn daran kannst du zum Beispiel erkennen, dass der Seitenumbruch hier aktiviert ist und Seitenumbruch bedeutet, dass alles, was hinter diesem Umbruch stattfindet, auf die nächste Seite verschoben wird. Deswegen ist mein Inhaltsverzeichnis hier unten und der Seitenumbruch und das Titelblatt sind weiterhin hier oben. Würde ich diesen Seitenumbruch entfernen, sehen wir, dass das Inhaltsverzeichnis sofort nach oben springt. Ich mache das Ganze jetzt erstmal wieder rückgängig. Und um unseren Seitenwechsel, um unsere verschiedenen Seitenzahlen hier machen zu können, müssen wir jedoch nicht mit dem Seitenumbruch arbeiten, sondern mit den sogenannten Abschnittswechseln. Zunächst einmal gehen wir in die Stelle, an der wir unseren Abschnittswechsel vornehmen möchten. In meinem Fall möchte ich es so handhaben, dass alles bis zum Inhaltsverzeichnis mit römischen Seitenzahlen angezeigt wird und alles, was danach kommt, also hier der Fließtext, mit arabischen Zahlen. Ich gehe also hier in die Leerzeichenle zwischen Fließtext und Inhaltsverzeichnis, gehe dann in den Reiter Layout und im Bereich Seite einrichten finden wir die sogenannten Umbrüche. Wir haben hier zum Beispiel einen Seitenumbruch, den Textumbruch. Diese ganzen Umbrüche kannst du für diese Zwecke ignorieren, denn du musst hier mit den sogenannten Abschnittsumbrüchen arbeiten. Nur damit können wir eben Word sagen, für welche Bereiche eine bestimmte Seitenzahl verwendet werden soll. Und in der Regel wird für dich die nächste Seite hier interessant sein, wenn wir das Ganze mal einfügen. Ich scrolle nochmal nach oben zum Inhaltsverzeichnis. Dann sehen wir, dass wir hier jetzt den sogenannten Abschnittswechsel nächste Seite haben. Auch in diesem Fall wird der ganze Text, der sich hinter dem Wechsel verbirgt, also alles, was hier hinterkommt, auf die nächste Seite verschoben. Nun sind wir natürlich noch nicht fertig, denn die Seitenzahlen haben sich noch nicht verändert, aber wir können diesen Abschnittswechsel nutzen, um Word zu sagen, dass wir die Kopf- und Fußzeile, die wir zum Beispiel hier oben haben, für Seite 1 und 2, dass wir diese unabhängig von den Kopf- und Fußzeilen gestalten wollen, die hier kommen. Und auch dann können wir eben, wenn wir das gemacht haben, die Seitenzahlen verändern, ohne dass sich diese für diesen Bereich auswirkt. Wir gehen also nun vor. Der Abschnittswechsel ist eingefügt. Wir gehen dann in die Fußzeile, beziehungsweise hier in die Kopfzeile von der Seite nach dem Abschnittswechsel, also hier bei mir nach dem Inhaltsverzeichnis. Kopfzeile, Rechtsklick, Kopfzeile bearbeiten. Es öffnet sich hier das Kopf- und Fußzeilen-Tool und im Bereich Navigation sehen wir zunächst einmal, dass hier das Feld mit vorheriger Verknüpfen aktiviert ist. Und diese Verknüpfung müssen wir nun trennen. Ich habe das Feld nun deaktiviert. Das heißt, wir haben hier, wir sehen hier Kopfzeile, Abschnitt 2. Es folgt hier ein ganz neuer Abschnitt. Was ist also nun passiert, wenn ich nun hier Änderungen vornehme? In diesem Bereich. Dann wirken sie sich nicht auf diesen Bereich aus. Genauso wie wiederum hier. Zunächst einmal habe ich ja hier meinen Fließtext und ich habe hier noch die Seite 3. Ich möchte allerdings, dass die Seite 3 hier mit Seite 1 beginnt. Deswegen klicke ich mit der rechten Mauszeile in die Fußzeile. Fußzeile bearbeiten. Ich klicke mit der rechten Mauszeile auf meine automatische Seitenzahl. Sage Seitenzahl formatieren. und kann nun auswählen im Bereich der Seitennummerierung. Beginnen bei 1. Ich bestätige mit OK. Und wir sehen nun, dass mein Fließtext mit der Seite 1 beginnt. Hier kommt die Seite 2 und so weiter und so fort. Das Ganze zieht sich dann hier automatisch durch. Gehe ich in meinen Bereich Inhaltsverzeichnis, haben wir hier noch den Effekt. Wir haben das Titelblatt mit der Seite 1 und unser Inhaltsverzeichnis mit der Seite 2. Hier wollen wir natürlich so vorgehen, dass wir hier römische Zahlen bekommen. Ich gehe also in Seite 1 Fußzeile, Fußzeile bearbeiten, klicke mit der rechten Maus auf die automatische Fußzeile, muss hier eventuell markieren, damit sich hier das Seitenzahlen formatieren, Menü öffnet. Ich klicke darauf und wir haben hier das Seitenzahlenformat und hier das Zahlenformat. Hier kann ich nun das Format auswählen, was ich haben möchte. Das hier sind meine römischen Zahlen. Und ich könnte hier auch sagen, beginn mit 1. Das ist in unserem Fall nicht nötig, da es sowieso die erste Zahl ist. Ich habe nun alle Änderungen vorgenommen. Wir sehen also nun, dass das Titelblatt mit der römischen 1 beginnt, Inhaltsverzeichnis, mit der römischen 2. Mein Fließtext geht hier jedoch mit der arabischen Zahl 1 los. Dann kommt die 2, die 3 und die 4.